ja hallo und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist Tim von tradingfreaks und wir beschäftigen uns heute mit der aussage buy the rumor sell the facts denn das ist etwas was uns fast tagtäglich an den märkten begegnet durch sämtliche anlageklassen hinweg und wir werden das ganze heute mal am beispiel des ölpreises skizzieren ich werde gleich mit dir in den chart gehen und auch dann aktuellen trade zeigen und bevor wir uns dann den chart angucken müssen wir erst noch ein bisschen grundlagenarbeit leisten und uns mit diesem satz noch mal beschäftigen für die die das noch nie gehört haben buy the rumor sell the facts bedeutet auf deutsch kaufe die gerüchte oder die stimmung und verkaufe die fakten das bedeutet ins trading übersetzt wenn du merkst dass es auch ein großereignis zugeht das könnte zum beispiel ein leitzins entscheid sein das könnte eine wahl sein wie jetzt frankreich oder in großbritannien das könnte aber auch ein opec meeting sein dann ist es oft so dass wochen oder tage vorher schon spekulationen auftauchen was wird dort wohl passieren und je klarer oder je deutlicher der markt dann das ergebnis aus einem dieser ereignisse schon erahnt antizipiert desto eher passiert dann wenn der große tag gekommen ist das gegenteil von dem eigentlich logischen kleines beispiel dazu wenn wir davon ausgehen dass in einem monat die fed den leitzins in den usa erhöht das aber jetzt schon vier wochen vorher oder sogar noch länger praktisch vorweggenommen wird und das auch wirklich von woche zu wache noch deutlicher wird die chancen nahezu bei 100 prozent sind dann wird es an dem tag selber zu einer ja mit einer hohen wahrscheinlichkeit dazu kommen dass wenn der leitzins dann auch wirklich angehoben wurde der markt das nicht mehr feiert sondern abverkauft also der dollar würde dann nicht mehr kaufe gekauft werden sondern es ist alles eingepreist und der dollar wird verkauft das heißt es ist wichtig dass man sich vorher mit den relevanten marktnews beschäftigt wie sehr ist schon das ergebnis für ein solches event event im markt eingepreist und das ist genau das was wir uns jetzt hier noch mal angucken und wie man das traden kann und dafür schauen wir jetzt mal in die charts so du siehst hier den ölpreis und zwar auf 15 minuten chart und wir sehen hier heute dass wir sehen auch in den tagen vorher dass wir hier einen anstieg hatten wenn wir mal in eine höhere zeiteinheit gehen sieht man es ja noch deutlicher wir hatten hier die ersten gerüchte dass bei dem kommenden treffen jetzt in wien mit einer hohen wahrscheinlichkeit der ölpreis dass der ölpreis nicht der ölpreis sondern dass die production cuts also die die begrenzungen der fördermengen verlängert werden um neun monate und das ist natürlich etwas wenn das angebot verknappt wird was den preis steigen lässt und das ist genau das was der markt hier vorweggenommen hat und in diesen letzten tagen hier ist praktisch jeden tag ein anderes opec mitglied dazu übergegangen diese meldung zu bestätigen dass sie sagen ja wir sind dabei wir würden auch würden uns anschließen die produktionszahl zu drosseln so und jetzt ist hier heute das große event aber wir haben jetzt gerade mittags halb eins heute abend sollte dann eigentlich die verkündung stattfinden aber wenn ich mal hier in meine news box reingehe ein augenblick bei rennsburg die ich dir übrigens sehr empfehlen kann dann sieht man hier dass opec agrees to extend oil production cuts und das ganze haben wir nicht nur um 12 uhr sechs sondern das haben wir hier auch um 11 uhr 58 und wenn ich weiter runter gehe dann haben wir das auch hier um 10 uhr 20 und dann ist genau hier auch das was schon mal passiert ist weise rumour sell the facts das ist genau das was ich gerade vorher gesagt oder schon mal angekündigt habe es war soweit eingepreist innerhalb der letzten tage dass der ölpreis eben nicht mehr steigt sondern fällt die marktteilnehmer nehmen gewinne mit und was ich dir auch noch zeigen möchte ist unser trading chat hier habe ich gestern mit dem andreas schon mich darüber unterhalten und schon gesagt morgen weise rumour sell the facts schon alles eingepreist und genau das ist passiert und wie haben wir das ganze jetzt gehandelt du siehst es gerade der trade läuft noch wir haben zwei positionen zwei kleinere positionen eröffnet weil so ein tag immer sehr volatil ist wir haben das hier abgewartet dann gab es eine korrektur und jetzt sind wir hier das kann man im 15 minuten chart noch mal besser sehen in diesen abwärtstrend noch mal reingegangen und man kann das ganze hier über der 200er moving average absichern mit im ersten stop loss den zweiten wenn man genug platz hat hier oben und den markt jetzt heute einfach mal machen lassen ich denke dass wir hier dieses tagestief noch mal sehen werden aber dann auch mit möglichkeit bis zur 200er immer im vier stunden chart was dann natürlich noch mal weitere fast 200 pips werden also das ist weise rumour sell the facts je eher eine nachricht eingepreist ist desto macht der markt dann eben das gegenteil ich möchte dich noch auf zwei dinge hinweisen es ist sehr wichtig dass du so ein professionelles newsfeed nutzt das ist jedes von rand squawk den link dazu pack ich dir unter das video und ebenso auch den trading chat den wir hier noch testen der wird in kürze kommen da kannst du dich mit uns austauschen unsere trades verfolgen und auch da findest du einen link unter dem video schaust dir mal an und bei fragen schreib uns einfach an bis dann